Die Schar, aber und der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesum und bunden ihn und fürchten ihn aus Erster zu Hannas. Der war Kaivas schwer, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaivas, der den Jüden riet, es wäre gut, dass ein Mensch für der Unbracht für das Volk. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mich zu entbinden, mich zu entbinden, wird mein Heil gebunden. Von den Schrecken, von den Schrecken meiner Sünde, Mich zu entbinden, mich zu entbinden, mit ein heiler Wunden. Von den Schrecken, meine Sünden, Mich zu entbinden, Mich zu entbinden, mich zu entbinden, wird mein Heil gebunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020